In Kürze kommt wieder das Christkind. Die Weihnachtsbeleuchtung in Graz hängt schon und das ist auch die Zeit des Schenkens und Beschenktwerdens. Die Familie, die Freunde, alle freuen sich bereits auf das Weihnachtsfest, ich auch. Und daher gibt es ein perfektes Produkt der Stadt Graz, das helfen kann Freude zu machen, nämlich den Grazgutschein. Der Grazgutschein wird von einem Team der Holding Graz vorbereitet, lässt jedes Jahr 950 Betrieben Umsätze in die Kassen spülen. Das ist gut für die Innenstadt, das ist gut für die Grazer Wirtschaft, aber letzten Endes ist es auch gut für die Menschen, die in Graz leben, untereinander eine Freude machen wollen. Ich danke dem Team des Grazgutscheins ganz herzlich für euren Einsatz und bitteschön Freude machen, Grazgutschein verwenden. Der Grazgutschein ist mit rund 59 Partnerbetrieben das größte kommunale Gutscheinsystem Österreichs. Wir freuen uns, dass wir die Zahl der Partnerbetriebe auch im heurigen Jahr wieder deutlich erweitern konnten. Neben den bewährten Einlösemöglichkeiten in den Bereichen Handel, Gastro und Dienstleistungen kann der Gutschein auch für Produkte des täglichen Bedarfs verwendet werden. Dazu zählen etwa Supermärkte, Apotheken oder die Stromrechnung bei der Energie Graz. Im Rahmen der Grazgutscheinkampagne informieren wir in den nächsten Wochen über Social Media, TV, Radio und Out-of-Room-Maßnahmen über den Gutschein als ideales Weihnachtsgeschenk. Für alle Fans der Graz 99ers haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt. Am 23. November von 14 bis 16 Uhr sind die Spieler der Graz 99ers bei uns am Andreashofenplatz 15 zu Gast und verkaufen Gutscheine. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.